Hallo Freunde, heute werde ich die Handlung der amerikanischen Komödie Melodrama 2015 namens Escort erzählen. Nathalie ist eine sexy Escort, die gezwungen ist, Männern gegen Gelddienstleistungen anzubieten, da sie aufgrund einer unangenehmen Geschichte in ihrer Studentenzeit keinen normalen Job finden kann. Auf eigene Faust und ohne Vermittler findet das Mädchen Kunden und erfüllt deren Wünsche, egal wie schmutzig und unanständig sie erscheinen. Nathalie ist bereit, die Bedürfnisse aller zu befriedigen, sogar die eines Verrückten, der sich als Kind ausgibt und verlangt, ihn für sein schlechtes Benehmen zu bestrafen. All dies bereitet ihr in gewisser Weise Vergnügen, denn das Mädchen verdient gut und kann für sich selbst sorgen. Mitch ist ein erfolgloser Journalist, der ernsthafte Beziehungen vermeidet und darauf fixiert ist, mit der ersten Frau, die er trifft, zu schlafen. Sein bester Freund beschließt, Abhilfe zu schaffen, und lädt Mitch zu einem Blind Date mit Mila ein, einem gut erzogenen Mädchen. Da er kein Interesse an ihr zeigt, versteckt sich mich im Badezimmer, um sich einen Erwachsenenfilm anzusehen und sich mit Handjobs zu beschäftigen. Er will sich nicht verlieben und zieht es vor, Mädchen über die App zu treffen, schließlich sind sie unprätentiös und wissen immer, was sie wollen. Ihre Begegnungen dauern selten länger als fünf Minuten, aber das reicht dem Kerl, um Spaß zu haben. Am Abend führt das Schicksal Mitch und Nathalie in einem Restaurant in der Nähe der Bar zusammen. Das Mädchen bietet ihre Dienste gewöhnlich für 3000 Dollar pro Nacht an, aber Mitch ist es nicht gewohnt, für Vergnügen zu bezahlen. Als er sie ein leicht zugängliches Mädchen nennt, bekommt er eine Portion Unhöflichkeit als Antwort. Schließlich sieht sich Nathalie nicht als Vertreterin des alten Berufsstandes, der sich Escort-Services nennt. Bevor sie geht, gesteht das Mädchen, dass sie eine angesehene Universität absolviert hat, was den Journalisten, der noch nie gebildete, leicht zugängliche Mädchen kennengelernt hat, etwas schockiert. Einige Tage später gerät Mitchs Welt aus den Fugen, als sein Chef beschließt, ihn zu entlassen. Mitch ist der Einzige, mit dem der Chef nicht intim werden kann. Der Journalist erkennt, dass er niemals mit seinen weiblichen Kollegen konkurrieren kann, und kündigt bei der Zeitung. Er wird schnell depressiv und verliert den Glauben an sich selbst, findet aber weiterhin Trost in flüchtigen Beziehungen mit schönen Mädchen. Einige Wochen später beschließt Mitch, sich einen neuen Job zu suchen, aber alle Redaktionen lehnen seinen Lebenslauf ab oder bieten ihm an, umsonst zu arbeiten. Er wagt es und bewirbt sich bei einem Modemagazin, aber auch hier wird er abgelehnt, da man der Meinung ist, Mitch sei nicht professionell genug und würde nur langweiliges Material drucken. Mit der Idee im Kopf, für ein Hochglanzmagazin zu arbeiten, verspricht mich, ein interessantes Thema für einen Artikel zu finden, und fühlt sich an die kluge und unbekümmerte Nathalie erinnert. Der Mann hat kein Geld, um die Miete für seine Wohnung zu bezahlen. Am Abend versucht er, Nathalie in einer Bar zu finden, aber sie verhält sich zu misstrauisch. Der Barmann will herausfinden, ob mich ein Polizist ist, aber der Journalist ist nicht bereit, einem fremden Mann seine Würde zu zeigen. Als er Nathalie kennenlernt, bittet er sie, ihm zu helfen und für einen spannenden Artikel zu recherchieren, aber das Mädchen ist strikt dagegen. Aber das Mädchen ist strikt dagegen, da sie nicht will, dass ihr Privatleben und ihre Arbeit öffentlich werden. In derselben Nacht trifft Nathalie einen Kunden, der es mit dem Küssen übertreibt. Sie ist strikt dagegen und der Mann versucht, sie mit Gewalt zu nehmen, wofür er einen Tritt in die Leistengegend bekommt. Nach Rücksprache mit ihrer Freundin erkennt Nathalie, dass es eine gute Idee wäre, zu ihrem Zuhälter zurückzukehren oder einen Mann zu finden, der sie beschützen kann. Da sie das Geld nicht mit dem Zuhälter teilen will, ruft sie mich zurück und erklärt sich bereit, die Hauptfigur seiner Geschichte zu werden, unter der Bedingung, dass er sich ständig in ihrer Nähe aufhält und sein Aussehen verändert, indem er seine Brille und Opas Pullover gegen eine Jacke und eine Goldkette tauscht. Da Nathalie ständig in seiner Nähe ist, stellt mich schockiert fest, dass sie nicht nur als Escort arbeitet, sondern auch als Matenachhilfe für Jugendliche mit Problemen. Wenig später lernt mich ihre beste Freundin Nathalie kennen und entdeckt, dass sie es war, die sie in die Welt des Escortsports geführt hat. Dem Mädchen gefiel das leichte Geld für eine recht angenehme Arbeit, und so ließ sie sich mitreißen. Gleichzeitig verspricht sie, wie viele andere auch, früher oder später aufzuhören, sobald sie das nötige Geld angesammelt hat, um in ihr eigenes Geschäft zu investieren. Abends geht das Paar in eine Bar, wo mich auf das Mädchen aufpassen muss, während sie andere Männer kennenlernt. Bei der Bewachung des Hotelzimmers stellt der Mann fest, dass Nathalie einen Orgasmus vortäuscht, den sie aber braucht, um gute Trinkgelder zu bekommen. Bald verbringen mich und Nathalie immer mehr Zeit miteinander und werden Freunde, die viel gemeinsam haben. Eines Nachts wird das Mädchen von unangemessenen Männern belästigt, und mich muss sie beschützen. Nachdem er eine SMS erhalten hat, geht mich weg, was Nathalie verdächtig vorkommt. Sie hat gesehen, dass er oft SMS schreibt, aber sie weiß nicht, was er vor ihr verbirgt. Als sie beschließt, Mitch zu folgen, entdeckt Nathalie, dass er auf der Toilette eines billigen Cafés mit der ersten Frau, die er trifft, Liebe macht. Das Paar prallt mit seinen Testergebnissen und häufigen Untersuchungen in Kliniken, um sicherzugehen, dass sie keine Geschlechtskrankheit haben. Am Ende des Treffens sagt mich Nathalie nicht nur, dass sie sehr schön ist, sondern bittet sie auch. Sondern bittet sie auch, sich als seine Freundin auszugeben, um seinen Vater zu treffen. Am nächsten Morgen fährt das Paar zum Landhaus und es stellt sich heraus, dass Mitchs Vater ein reicher Mann ist, der früher bei Konzerten die Stadien gefüllt hat. Jetzt ist er einsam, treibt viel Sport und zieht Mitchs jüngere Schwester auf. Charles und Emily sind von Nathalie fasziniert, weil sie nicht wissen, dass sie nicht nur eine Erzieherin, sondern auch eine männliche Begleitung ist. Nach dem Mittagessen beschließt Mitch, allein mit seinem Vater zu sprechen, und bittet ihn, ihm Geld zu leihen, was ihm jedoch verweigert wird, da er nicht weiß, dass Nathalie ihr Gespräch belauscht hat. Nathalie hat die Unterhaltung der beiden belauscht. Wenig später fährt das Paar Emily zu ihren Freundinnen und beschließt, etwas Zeit miteinander zu verbringen. Während des Gesprächs gibt Nathalie zu, dass sie eine gute Ausbildung hatte und es besser hätte machen können, aber sie liebte die Liebe zu sehr. Kurz vor ihren Abschlussprüfungen erstellte sie eine Liste aller Jungs, mit denen sie ausgegangen war, und schickte sie an ihre Freundinnen. Eifersüchtige Mädchen veröffentlichten sie, was zu einem Skandal führte, der sogar im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Infolgedessen wurde Nathalies Name mit leichten Mädchen in Verbindung gebracht und sie wurde abgelehnt. Nathalie und mich bringen Emily an diesem Abend nach Hause und finden sie weinend vor, weil ihre Freunde sie beleidigt haben. Um Gerechtigkeit zu bekommen, geht Nathalie hin und macht eine Szene, bringt aber versehentlich das Haus durcheinander, indem sie nicht Emilies Freunde, sondern das kleine Schulmädchen anschreit. Nathalie geht dorthin und macht eine Szene, bringt aber versehentlich das Haus durcheinander, indem sie nicht Emilys Freunde, sondern ein kleines Schulmädchen anbrüllt. Mich schafft es nicht, neben Nathalie ins Bett zu kommen und beschließt, den Schlafsack zu zerlegen. Am Morgen fährt Nathalie den Mann nach Hause und gibt ihm, da sie seine wirtschaftlichen Probleme kennt, etwas Geld. Während das Mädchen in die Klinik geht, um sich untersuchen zu lassen, trifft mich eine andere unprätentiöse heiße Braut, merkt aber, dass er nicht mehr mit jeder schlafen kann. Er hat sich in Nathalie verliebt und möchte mit ihr zusammen sein, also geht er in die Klinik, um sie zu unterstützen und Zeit mit ihr zu verbringen. Kurze Zeit später streitet Mich mit seinem Freund, weil dieser seine Schwärmerei für ein leichtlebiges Mädchen nicht unterstützt. Nathalie macht ihren Job weiter, aber Mich ist nicht glücklich darüber, denn er wird von Tag zu Tag eifersüchtiger auf das Mädchen. Bald kommen ein Freund und seine Familie, um Mich zu zwingen, eine Reha bei einem Psychologen zu machen und seine Sucht nach leichten Mädchen loszuwerden. Das Mädchen ist von seinem Verhalten enttäuscht, aber die Versuche, die Dinge zu klären, enden in einem Skandal. Das Paar erkennt, dass sie Opfer eines psychologischen Traumas sind. Nathalie trifft sich mit Männern für Geld, weil sie Angst hat, zurückgewiesen zu werden. Und Mitch vergnügt sich mit unvorbereiteten Schönheiten, weil er als Kind nicht viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Nach einem Streit machen Mich und Nathalie mit ihrem Leben weiter. Nathalie fährt fort, verheiratete Männer und die Old Boys mit ihrer Schönheit zu erfreuen, im Austausch für ein paar knackige Scheine. Die Frau ist von dieser Veränderung überrascht, denn früher war Mitch eifrig dabei, für sie zu arbeiten, aber jetzt hat er Angst, einen interessanten Artikel zu veröffentlichen. Als Mitch erkennt, was für ihn wertvoll ist, findet er Nathalie in einer Dating-Suite und wirft einen anderen verheirateten Kunden hinaus, um allein mit ihr zu sprechen. Ein paar Monate später veröffentlicht Mich eine große Geschichte über ein Escort Girl, die die Leser in ihren Bann zieht und zu einem Bestseller in der Welt der Hochglanz-Magazin wird. Die Tochter des Chefs wurde im Internet gemobbt, also wird sie einem Mädchen mit Ambitionen auf Selbstverwirklichung nicht wehtun. Mitch unterzieht sich einem Rehabilitationskurs, um seine psychischen Traumata aus der Kindheit und seine Süchte loszuwerden. Bald kommt er zu seinem Vater und stellt fest, dass er lieber raucht, als seine Figur in Form zu halten. Nach einem Gespräch mit ihm wird Mitch klar, dass er für sein Glück kämpfen muss. Ein paar Minuten später trifft er Nathalie vor der Tür, die seinen Artikel gelesen hat. Das Mädchen gesteht ihr ihre Liebe, aber ohne eine Antwort abzuwarten, beschließt sie zu gehen. Als Mitch erkennt, dass ihre Gefühle gegenseitig sind, bittet er sie, damit aufzuhören und küsst die Schönheit leidenschaftlich, mit der er bereit ist, sein ganzes Leben zu verbringen. Und das ist das Ende des Films, vielen Dank für die Beobachtung bis zum Ende. Abonnieren Sie den Kanal und setzen Mark.